Liebe Urbex-Freunde, heute haben wir ein Tagungshotel, zuletzt ein Flüchtlingsheim für euch. Wünschen wir euch viel Spaß beim Video. Attacke, auf geht's! Bis zum nächsten Mal. 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 So, liebe Urbex-Freunde, das war die Location, das verlassene Tagungshotel, Ex-Flüchtlingsheim. Und ich würde sagen, wir hauen wieder ab, der letzte macht das Licht aus. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.